Okay, nach dem Level heißt es also erstmal, äh, Ende für diese Session. Let's go. Let's go. Lol. Let's go. Oh, nee. Willst du mal treffen? Toll. Danke. Verstehens. Ich bin im Regen. Hm, hm. Oh, falsches Ding. Krabbel. Warte. 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 Oh, mamma. . Ja, dang. Cool, dann sind wir ja mal gestorben in dem Screen. Ja, weil ich auch Kirby habe. Kirby Kirby Ich habe Kirby. Ah! Ach so. Oh, wir können es mal weiter. Verdammt. Oh oh oh. Oh. Hallo, wieso? Oh! Der stimmt da rein. Nicht springen. Guck, du musst springen. Ich glaube, das geht. Oh Gott, was hat mich denn? Ja, ist komm von gestorben. Ich habe es irgendwie bitte nur DC. Ach ja. Was war das bitte? Surprise! Nice. Bozzix. Bozzix. Surprise. Bozzix. 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 Was ist denn? Die halten uns auf einmal auf. Bums. Die haben voll die süßen Augen. Der ist ein eh schwacher Charakter, oder? Teilen gekommen. Teilen gekommen. Okay, dann saven wir. Und ansonsten heißt es... Viel Spaß beim, ich denke mal, Wochenende. Ich weiß nicht, wie viele Folgen ich das jetzt geschnitten habe. Freut euch auf die nächste Folge. Bye-bye. Bye.